Oh, 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 oh! Servus, Freunde, und willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games mit dem lieben Daniel Hallo! Und dem X-Pete! Hallo! Ja, geht der San Andreas, ey! Äh, da! X-Pete, wo bist du? X-Pete! Da! Da! Erstmal Knoppers reinstopfen! Knoppers? Geil! Das Frühstückchen am Morgen, ne? Ich esse auch immer Knoppers! Hä, aber wir haben gar nicht halb sehen, was ist los mit dir? Ist echt so! Wir haben jetzt 13 Uhr, was passt? Es passt, ey! Hast du X-Pete gehört, ne? Der band dich sonst, wenn es nicht passen würde! Oh geil! Direkt! Direkt Eisenhelm, Alter! Wow! X-Pete dazu! Ey! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind doch hier! Wir sind doch hier! Ich laufe X-Pete! Ich kenn mich hier aus, ich kenn mich hier aus! Wow! Ich kenn mich hier gar nicht aus! Sagt mir was! Oh! Hier haben wir nur den Dingsverfall, den Rigman! Rigman Gaze, Alter! So ein Scheiß-Lettsplayer! Ja, dass wir denen allen folgen! Das wäre so schlau! Hahaha! Ja, irgendwie müssen wir da rüber kommen! Wir gehen einfach in andere Richtung! Wir gehen in andere Richtung! Kommt mit! Hier, guck mal! Hier ist so ein bisschen eingerissen! X-Pete kommt nicht! Ne, X-Pete kommt nicht! Ich hab ne Lederhose! Geil! Ich brauch ne Lederhose, ja! Oder hab ich? Ja, ich brauch eine! Ach geil! Lass da runtergehen! Lass da runtergehen! Lass da runtergehen! Hier runter? Warte, ich geh mal ganz kurz aus dem Baum rauf! Ich glaub da ist vielleicht etwas! Cool hier! Aua! Mensch! Das ist cool hier! Hier gab's auch Kisten, viele! Oh nein! Boah! Hier ist ne Kiste! Oh! 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 Eisenschwert! 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 Eisenschwert, Junge! GG, Alter! Ja, X-Pete lass den da hinten dann töten! Ich hab auch noch eine Eisenachse für euch! Boah! Junge läuft richtig bei mir! Komm runter! Komm runter! Aber hier fahr dich doch zu tief! Komm runter, Peter! Komm runter! Da fahr ich ja gar nicht! X-Pete schaffst du den? Ey, wir machen jetzt Begrüßung! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Bah! Hast du ihn getötet? Ich hab einfach Eisenschwert, Alter! Der hatte doch ein Schwert, Alter! Ich bin so ein Barbar! Barbar! X-Pete? Hier! Ey! Ey! Kloppt euch um die Eisenachse! Kloppt euch um die Eisenachse! Wer will die Eisenachse? Halt schwer! Oh! Oh! Leck! Geil! Bei mir auch! Bei dir auch? Ja! Achtung! Und! Wer als erster hier ist! Wow! Oh man! Ich hab gedacht es wird jetzt so ein mega episches Battle! X-Pete! Geil! Alter GG! Bäm 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 bäm! Oh Mist! Hier kommen wir gar nicht weiter! Ist da was? Nein! Nein! X-Pete! Du hast meine XP bekommen glaube ich! X-Pete! Ich hab keinen! Nein! Was ist meine XP? Wo seid ihr denn? Wenn wir jetzt keine Kisten suchen dann haben die alles gleich voll! Wow! Leck! Bei mir auch! Was ist da los? Okay! Servus Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games mit dem lieben Daniel! Hallo! Und dem X-Pete! Hallo! Oh geil! Alter! So perfekt! Weil wir haben nämlich die aller geilsten Sachen! Ah! Schon direkt zum Anfang! Ja komm dann lass hier ein bisschen chillen! Da! Da vorne sind welche! Da vorne sind welche! Wir plätten die! Ey! Ey! X-Pete! Komm her! Ach da seid ihr! Hurensohn! Komm her! Geil! Oh! Direkt! Direkt Junge! Bam! Junge! Bam! Wir gehen einfach so ab! Hier ich werfe euch ein paar Sachen hin! Geil! Oh! Ja man! Ja man! Ja man Alter! Boah! Alter was er für geile Sachen hatte! Ja! Boah! Alter so geile Sachen ey! Und niemand wird sie kriegen außer ich! Haha! Nein okay! Warte! Ey sorry sorry! Mami! Was? Was war das? Was? Keine Ahnung! Was hast du grad gesagt? Ich bin grad ein bisschen geschaut! Du hast grad so Mami! Gesagt! Okay Daniel komm! Wir gehen weiter! Ja man Alter! Ey wir sind einfach so die krasse Crew gerade! Ey! Achso! Da hinten ist auch noch Kiste oder? Ja aber die haben die schon! Wir gehen mal so ein bisschen hier querfeldein! Wie viel leben denn noch? Acht paar leben ja noch! Noch acht oder so! Geil! Die werden wir alle zerblästen! Ja aber wirklich! Wir sind grad richtig gut drauf hinten dran! Drauf? Ne wir sind nicht gut drauf! XP brauchst du nen Lederoberteil! Ja das wär nice! Habt ihr euch eigentlich heute schon geritzt? Ja! Ja? XP du? Nein! Warum nicht? Hast du nicht dein Leben? Hast du nicht Kummer und Sorgen? Nein! Immer wenn ich mich ritzel dann merke ich den Tod an meinem Arm entlang flutschen! Das ist ja leise jetzt! Sonst wird das Video ab 18 gemacht! Ey pass auf! Kann man stellen! Nicht da runter! Ich bin doch fast runter geflogen! Mich nicht! Hier gibt's bestimmt was oder? Weil hier ist so ne... Nö! Hier ist so ne schöne Werkstatt! Hier gibt's bestimmt was! Ja man! Gibt's hier was? Kann ich nicht aufmachen? Nö! Nö! Daniel wo bist du? Ach! Warte hier kann man hoch! Hier kann man hoch! Nein hier kann man doch nicht hoch! Geil Alter Verzauberungs! 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 Ne! Ne! Ich hab nur zwei Laisen! Aber dann bringt das nix! Zwei kleine! Tud Crisis! Hei komm raus! Da, ich bin doch raus! Hey! Hey! Oh mein Gott! Ey! Speedläutfrord wieder vor! Der will wieder alles weglooken! Das tageladen! Ey ich lass hier mal pletschen! Alles weglewtl Jeru! Ne! Nein! Nein! Alter! Dиваютers! Du bist doch ein Jump'n'Run-Pro! Ist es echt so ey! Feige Sau! Ah, hier geht's nicht weiter War ja klar, dass du die Treppen hier nimmst Ja, ich geh ja nicht über die Straße Ich nehm die Treppen Treppen Treppe Ah, wo sind denn die anderen Leute Ich hab hier welche auf der Brücke gesehen San Andreas Rescue Ja, die Map ist aber viel zu groß Also für PvP, das müsste schon so eine 64er Map sein Aber ich fühl mich zu Hause, ich hab ja irgendwie 3 oder 4 Jahre lang GTA San Andreas Ja, das geht schon klar Aber ich hab irgendwie immer so ein paar Chunk Eisenhose Ja, meine Meine, meine Das war ne Kettenhose Ey XPTV wieder am Trollen Ich hab so viel Essen, braucht jemand Essen? Äh, nee Nee, keine Lust irgendwie grad Ich hab so ein bisschen Magersucht Irgendwie, weil ich bin ziemlich fett Kennst du das, du bist so richtig Du bist so fett Dann weinst du dich immer so in den Schlaf Weil dich keiner liebt Das ist ganz ein bisschen lustig Ey, ich find's lustig MSGA Ich weiß gar nicht, wo wir sind Ich kenn die Ey, wo seid ihr denn? Ja, ich komm doch grad zu dir Okay, geil Ich fühl mich aber wie zu Hause hier Ja, mit den ganzen Chunk-Errors und so Komm, wir gehen zur Grove Street Ne, wir gehen mal hier rein ein bisschen ins Haus Ich komm mal gleich wieder hin Weil, gleich sind die Kisten wieder Oh, wir sind hier gar nix Okay, stimmt Lass doch mal wieder langsam Spawn, da sind bestimmt welche Ja, okay, dann Dann gehen wir mal in Richtung Äh, Grove Street Heißt eigentlich Groove Street Groove Street oder Groove Nein, Groove Groove, ne Die wird doch mit einem O geschrieben Ja, okay, geil Läuft bei der Läuft bei der Street Das sagt er auch in der Story, Alter Ja, Mann Ich hab die Story nie gespielt Also nicht wirklich Ich hab immer verkackt bei dem Wo man so einen Showoff machen musste Zwischen Autos Kennst du das? Die Mission? Ja Wo man so einen Lowrider hat Und dann so Äh, äh, da muss man so A und B drücken Und so Ja Ich krieg das nicht hin Ja, Anfänger, du Ja, Mann Ist aber nicht schlimm Es passiert jeden Mal Ja, außer dir, ne Ist einfach der Barber Ey Das war so klar, ey Das war so klar Immer Immer der Loot-König hier Mit seinem X-Ray Wahrscheinlich war da so Eis, Eisenzeug drin So ein Dia-Hacke und so Baut erst mal alles ab Dia-Hacke? Was bringt denn eine Dia-Hacke? Ich glaub, die ist so stark wie ein Eisenschwert Könnte sein, ne? Ja Ich mein schon Also hier, oder, oder Geht's nicht hoch? Hier? Ja Ah Ich seh, ich seh nichts Geil, ich war, ich war in die Geil Oh Hier, das sind doch Custom-Texturen, oder? Oh Oh Immer der Looter-König hier wieder Wieder am Looten Oh Immer das Gleiche Ja, was wollt ihr? Oh Oh Wollt ihr Fisch? Ja, ja, gerne Ich hab auch Das ist kein Fisch, das ist Krokodisel Ich hab Goldapfel Das ist Krokodisel, ja Krokodiselfuß Kennst du das? Oh Ja, der Winfried hat ja Larissa geboxt Oh, ich brauch was zu essen Fuck Weil die Sonne scheint so ein bisschen auf meinen Bildschirm Und dann seh ich leider nix Konrad nämlich nicht mehr reden Oh, hier waren ja Doppelkisten Geil Immer dieser Looter-King, ne? Ganz ehrlich Lass mal ein bisschen was braten Ja, lass mal was braten, Alter Braten? Kann man das? Braten Ja, mit Steinschwertern Steinschwertern? Ey, aber nicht mein Fleisch klauen, das ist mein Fleisch Ja, okay, okay Mein Fleisch Das geht ja so raus Oh man, jetzt habt ihr beide Öfen belegt, ey Und jetzt krieg ich gar nix Das war voll kacke Voll abtüren Richtig abtüren von euch, ey Oh, kann man hier Kann man irgendwie drauf jump and run Ach, scheiße, egal XP, du bist doch hier der König, oder? Das hab ich schon mal versucht, das klappt nicht Ja, 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 sagen sie alle Dann werden sie schwanger Ja, XP, sonst hätt ich's ja gemacht Ja, dann lass jetzt Richtung spawnen, oder? Spawn, ja Ey, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Bleib stehen Ach, das ist XP Achso Ich hab so gedacht, hä, wer ist das? Ich bin Enno Ey, okay Schnell alles looten, bevor XP irgendwas sieht Okay, ist nix Ich warte draus Ist nix? Hast du das nicht gesehen? Hä? Hast du die Kiste nicht gesehen? Ah Da hinten ist Grove Street, ne? Kommt hier mal jetzt Okay, okay, ich komm zu dir Kommt da raus Ey, geht nicht gerne nicht alleine Geh nicht hier alleine Ey, ich warte doch Ja, okay Okay, okay, ist okay Ah Ah, XP ist auch mit am Start Ey, der wird auch hin Sieg Sieg Ah, guck mal, ich gebe über die Brücke ein bisschen Ich chill so ein bisschen Guck Guck nach oben Oh, man Über die Brücke geslided Ja, Mann Like a diamond, Alter Okay Junge Chess Refill, Alter Ich glaube, wir werden Äh, ein paar Diaz finden, ne? W-w-w-w-w-w, Alter W-w-w-w-w-w Bisschen Double-Time Bisschen Double-Versprechen Was? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Keine Ahnung Keine Ahnung Oh, Mann Okay, also Ich hab gerade wieder die besten Chunk heraus Natürlich Ich glaub nicht, dass ihr da hinten was Da was Gutes sind Dann kommt ihr mal raus Ja, ich bin draußen Also XP, das ist bei mir Ich renne gerade ein bisschen Richtung Spawn, also Ach, ihr seid auf der anderen Seite raus Ja Ja Okay Uuuuh Hä, wo ist denn der Spawn? Wieso? Ich find ihn gar nicht Findet ihr den Spawn? Auch ne XP-Flasche Ja, hier ist doch der Spawn Hä, wo? Hinter dir Hä? Komm Da hinten Ach, geil Hier Hier und dann rechts Die Grove Street Oh, nice Ich kenn mich aus, Alter Ich hab kein XP Also ich hab bisschen so Halb oder so Ja, ich hab drei 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 Ja, okay, geil Ah, hab nicht voll Schade Daniel Und sind hier welche? Selbst wenn da jetzt nichts drin ist Bewachen wir einfach den Spawn Ja, Mann Wir sind einfach die Spawn-Keeper Oh Da ist noch nichts drin Da ist noch nichts drin Mann, ey Keiner wird sich jetzt einfach trauen, hier hinzukommen Ja, Mann, wenn hier die Wächter der Spawns sind, Alter Komm, wir haben alle so eine Seite Eisenhose Ja Wo? Ja, da Das ist eine Kettenhose, Mann Nee, das ist eine Ketten-Leggings Oh, geil Leggings Zieh mal an So geile Leggings Hab ich doch an Dreh dich mal um Zeig Uh, mein Ass Mein Ass Ich hab so Yoga-Hosen an So mit zum L-Ass-Push-Up Ich will einfach mal vor, ey Wann ist denn der Chess-Refill? XP? 400, 300 Eigentlich Unterschiede Guck mal, der schreibt Daniel Ich glaub, der mag nicht Ja? Ich hab Chat of Aus Also, du kannst dir mal sagen, was da grad Tolles passiert Ja, der eine schreibt Nebelnik, bis du es Der andere schreibt Achso, geil Der andere will dir eine 10er-Paste geben Echt jetzt? Ja Ja, eine 20er war irgendwie schon besser, ne? Was soll ich mit einer 10er, Alter? Immer, immer diese Loops Immer diese Fans Genti, diese undankbaren Leute Ergibt denen was anstatt Ja! Penner, Alter! Was die Danke schreiben, sagen die mehr, ey So Penner, ne? So in der Bahn, ne? Kommt zu einer, sagt so Ja Stattdessen schlagen die dich noch Ja Die Mich schlagen immer so Penner Die brechen so bei mir ein Dann schlagen die mich einfach so Ja Kein Ding Nein, ich dachte jetzt hier im Spiel Achso Ich meinte jetzt schon Aber ich seh, der erzählt von seinem Relive Ja, und du so, äh Spiel Ja, die schlagen immer Ja, die schlagen mich auch Die Penner, ne? Wenn du so in die Schule gehst Dann zieht dich mal so ein Penner auf Sagst du, ja Ich hätt gerne ein Pausenbrot, ne? Dann boxe dich so Ja, du machst zwei Zwei Blödchen hier Was für Blödchen? Kein Blödchen Ach, Brötchen Ey Wir feilen jetzt um das Bread Mein Blödchen Ich hab immer noch keine Feile Ist okay, Alter Ist okay jetzt, ja? Weil ganz ehrlich Der Witz ist einfach old, ja? Das checkst du aber nicht, Daniel Weißt du, warum du das nicht checkst? Ja, Moneyboy Du will guck Weißt du, warum du das nicht checkst? Frieden Ja, Frieden, 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 Frieden Ich zeig dir grad Frieden Lass mal, lass mal gehen Ey, Sweet, Frieden Zeig Frieden Du bist Wie denn mit der Axt? Ich zeig Frieden Zeig Frieden, hä? Ich hab kein Schwert Ja, okay Hier ist so ein Schwert Wieso sagst du das? Guck mal, drei Steinschwerter, Alter Okay, okay, geil, Alter Der ist Inno, 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 Inno Wieso hast du ein Eisenschwert? Du bist Terrorist Ein Traitor Ja, Mann Ey, ey, ey Ich hab eigentlich ne Frage Was Eigentlich hab ich ne Frage Genau Was ist eigentlich, ähm Refill Ah, refill Geil, Alter Essen Da, 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 Junge Porkchop Was brauch ich eigentlich noch? Ah Da ist ja nur Shit drin Ne, Mann Da ist der Shit drin Eisenhose Carrots Ja, da ist nix drin Noch ne Carrot Oh, Junge Ich bin gerade recht auf Carrots Ich bin der Pirate Pirate of the Carrot Bean, Alter Oh Der war richtig gut, ne Hier ist noch ein Steinschwert Damit es kein anderer kriegt Ja, Mann Rip alles ab Ey, Daniel Ja, wollen wir jetzt andere Leute suchen? Nö, wir bewachen einfach hier so ein bisschen den Spawn Ich würde sagen, wir machen Wir machen so eine Plauderrunde, oder? So wer was auf dem Herzen hat Ja, aber gibt's hier irgendwo in den Häusern Stühle oder so Wir könnten, habt ihr noch irgendwie XP Flaschen gekriegt? Nö, nö Oh geil, hier ist ja noch Hier ist noch ein bisschen Bread und so Und ein bisschen Hühnchen Bisschen Chicken Ist Moneyboy eigentlich euer Lieblingsrapper? War mal so ne Frage Nein Nö, warum nicht? Warum nicht? Hm Weiß ich auch nicht Ne, also der hat schon guten Skills Ist einfach nicht mein Ding, der Typ Ja Jetzt meinst du ein bisschen Swag Ja, ein bisschen Swagglicious und so Das geht schon klar, ne? Wenn ich Arzt werde, werde ich einfach eine Krankheit Natürliche Krankheit nach Swag benennen Dann kann ich als Arzt immer sagen Es ist mir leid, ihr Kind hat Swagg Ah, das ist ja so geil Ja, das wissen wir schon Ja, Mann Sattet sich Ja, Mann Geil, Swagg Sollte eine Krankheit heben, die heißt irgendwie so Yolophobie oder so Ich hab nur Yolophobie Da hat man einfach Angst vor dem Wort Yolophobie Ich hab generell Angst vor Wörtern Deswegen darf ich auch nichts sagen Ich schreie dann immer rum Guck mal, ich mach ein bisschen hier Jump'n'Row Ja, ey, lass mal noch ein bisschen was Leute searchen oder so So ein bisschen die Gegend erkunden Ja, so ein bisschen searchen Ja, dann können wir das machen Wir machen jetzt was Achso, nee, nee, egal Ich dachte, du wärst weg Ey, lass mal auf ein paar Bäume klettern, oder? Lass mal ein bisschen auf Pippi Langstumpen machen Boah, ja, das erinnert mich an meine Kindheit Ja Ich bin immer so runtergefallen und so Ja, ich auch, wollte ich auch gerade sagen Ja, okay Ah, hier ist nix Okay, GG Gehen wir mal weiter Hm Wow Ah, geil Ist Spotify Äh, nicht Spotify Ist, äh, Optifine eigentlich erlaubt? Ja Ich mein, bei meinen Spielmodis sind das so unfair, wenn man ran suchen kann Das ist einer der wenigen Mods, die erlaubt sind Und, too many Items? Ist das auch erlaubt? Sowieso nicht Oh, Mann Bringt dich auch nix, weil du's nicht benutzen kannst Nee, ich kann's benutzen, ich hab, ich hab, äh, Hack Sine und Testgabe Ja, es ist okay jetzt mit dem Witz, Alter Ist so... Da ist einer! Ah! Da ist einer! Ja, Mann Oh, den plätten wir jetzt richtig, äh, komm her, du, äh, du Flasche Ey, was hast du gesagt? Ja, jetzt sind sie... Borussia Ja, ich nicht, Alter Bei mir ist alles unzensiert, ne? Der Platz, der Platz Er ist geplatzt, er ist geplatzt, er ist geplatzt, er ist geplatzt Okay Hör? Wo? Chiller Chiller, es ist Chiller Es ist Chiller Pass auf, pass auf Alter Er hat Frieden noch Abschluss gemacht Egal, egal, Alter Ja, Mann, ja Ja, erst angreifen, dann so, ja, Frieden Braucht jemand, ähm, Eisenschuhe? Ja, ich, 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 ich brauche Eisenschuhe Geil, Alter Eisenhose, 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 Eisenhelm Ich brauche, ich brauche, äh, Chest Oh, geil Ich brauche Eisenhelm Ich habe Eisenhelm schon direkt am, am, am Start gecrackt Ja, bitte Also, ihr könnt euch hier ein bisschen was raussuchen, oder, wenn ihr was wollt, also Ich bin ja ein bisschen secondhand Ja, ein bisschen secondhand, ne? So ein bisschen used-look und so ein bisschen hipster, ne? So, so eine Lederjacke und alles Ich so nicht Ich kann mal alles nehmen Wie hier wieder der Looter-King, ey Aber, warte, warte, ich spiele, kannst du mir so zur Seite noch... Oh, der Showdown ist, der Showdown ist gleich Showdown Wow Sind wir eigentlich die Letzten? Ja Ach, hier sind die... Nee, doch nicht, nein, da sind, da leben noch zwei Iron X Iron X? Ich bin kein Ding Iron X Iron X Benutzt eigentlich X als Deo Guck mal, die schreiben über Dschungelcamp Ich fand den Jochen aber am besten mit dem Essen vor allem Ja, Mann, Junge, Jochen Der Wendler, der Wendler redet von sich in der dritten Person Der Wendler ist auch der Wendler, Alter Larissa ist einfach Basch, ey Ja, hast du geschrieben? Geil, Alter Benjamin Ah, in 50 Sekunden geht's los Ah, da ist einer Es ist 6-Peed, es ist 6-Peed, es ist 6-Peed Pass auf, Brian, pass auf Hä? Ah! Nein, Spaß Hä? Mit was hast du mich geschlagen? Ich hab auf einmal nur noch mit meiner Faust Ja, Mann, wir boxen alle kaputt und danach machen wir 1v1 oder 2v1 oder so Das war so ein kleines, äh, äh, Turnier machen dann Turnier? Ja Ja, okay Ich mein, es ist auch unfair, wenn wir alle gegen alle machen, dann wir trotzdem nur auf einen gehen Ja Aber dann so wirklich mit so Sachen, mit allen Sachen Oh, 10, 9, 8, Alter, richtig spannend jetzt Der hat so viel Glück beim Showdown und er weiß einfach nicht, dass wir eine Dreiergruppe sind Ja, und dass wir einfach so ein Eisen-Baba-Schwert haben Baba 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 heißt es Baba Baba Penny Ja, Alter, Larissa Ah, Larissa 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 Larissa, Larissa Larissa, Larissa Du Opfer Äh, äh, du Wunderhübsche Frau Mit vielen Vorzügen Oh, geil, Leck, Alter Ah, ich sterbe gleich Nein, doch nicht Leck, 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 Leck Okay Jawohl, nice Ja, wir sind fertig, Alter Wir haben die alle besiegt Okay, geil, Leute Jetzt, jetzt machen wir Was machen wir jetzt für einen Kampf Ich weiß nicht Wir machen einen Hühnchen-Kampf Hühnchen? Hühnchen-Kampf Können wir nicht mal Können wir nicht ein, hier, Duell machen mit Iron Swords Ein Duell mit Iron Swords Hat jeder einen Iron hier? Ja, ich habe einen Iron Ich habe keinen Iron Geht da, okay Doch, oder? Ey, aber dann, aber mit Rüstung oder ohne? Dann, lass dann eins gegen eins machen, oder? Ich, äh, der Gewinner gegen mich Okay, geil Ich bin der Bar bei Okay, also wir machen jetzt, äh, alle gegen alle oder eins gegen eins? Alle gegen alle Alle gegen alle Alle gegen alle? Das ist auch ein bisschen unfair Okay Okay, los Nein Frieden 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 Nein Nein Frieden 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 Warte 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 Was leckst du denn so? Tja kein Ding ne? Ich hab leckswitch Wo? Nein nicht mich anzünden! Nicht mich anzünden! Ich bin ja so ein bisschen ready to go Na Leute Und? Ja! Meine Taktik ist aufgegangen Ja! Oh GG Leute Alter GG Junge War eine geile Runde schon wieder Ja man Alter beste Runde wir werden einfach alles gewinnen Aber das liegt eigentlich nur an dem X-Ray von X-Peed ja Und an dem Wallhack und alles Ist schon ziemlich nice Das ist zwar ein bisschen unfair aber das geht gerade so nicht durch Weil der ist ja admin Ja also die Schlussworte hat jetzt diesmal der Daniel Daniel was sagst du noch zum Schluss? Nein X-Peed ist der Gast X-Peed okay X-Peed ist der Gast Sag einfach was dir auf dem Herzen liegt Immer schön Schnitzel essen Ja ich find das passt schon das ist sehr passend Ja das ist ganz erotisch Ja also das heißt ähm Ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder ne? Wenn's wieder heißt Minecraft Survival Games mit dem lieben Daniel Und vielleicht auch mit dem Gast X-Peed mal wieder Jo tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020